So, Andrea und ich sitzen jetzt in der richtigen Maschine nach Las Vegas und wir starten jetzt. Auf geht's! So, jetzt hier ein paar. So, jetzt hier ein paar. So, jetzt hier raus. Ich bin Anna, die Inflite Manager, auf heute's flight. Es ist mein Glückwunsch zu willkommen auf diesem Flugzeug zu Las Vegas. Ein sehr speziell willkommen zu den von uns von der Executive Club und den von uns von der One World-Allianz-Partnerin. Ich möchte, dass Ihr Seatbelt festgestellt ist, wenn Ihr Seatbelt festgestellt ist. Wenn Ihr Seatbelt festgestellt ist, wenn Ihr Seatbelt festgestellt ist, wenn Ihr Seatbelt festgestellt ist. Wir haben fast geschafft, fast 10 Stunden, und wir sind auch ganz schön geschlaucht, also muss man echt sagen. Aber umso mehr ist die Freude, dass wir gleich da sind. Ja, ein leckeres Essen gab es ja auch an Bord. Also, ein Kompliment an British Airways, meine Gute. Was es gab? Es gab lecker Hühnchen und so eine leckere Sahnesauce mit Brokkoli und Kartoffeln. War sehr, sehr lecker. So, Andreas, auf, fix und fertig. Ja, ja. Also, jetzt haben wir auch genug vom Flugzeug, glaube ich, hier gesendet. Das reicht jetzt auch. Genießen. Wir sind angekommen in Las Vegas. Jawohl. Jetzt geht's. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Luxor in Las Vegas und wir haben jetzt eingecheckt. Und, äh, ja, wir haben jetzt hier viertel nach zehn. Und, äh, Andrea, wie lange sind wir jetzt auf? Freitagmorgen. Aber wir haben ja noch Freitag. Ja, wir haben ja noch Freitag. Aber wir haben ja noch Freitag. Genau. Da ist ja jetzt, bei euch ist es jetzt schon sieben Uhr morgens und wir hängen immer noch im Freitag fest. Ja. Der längste Freitag in deinem Leben. Ja. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, ab 20 Stunden auf oder so. So, und wir sind im Luxor, hier diese Pyramide. Alles, äh, Ägypten-Style und, äh, sieht richtig toll aus. Wohin? Weiß ich nicht. Wir müssen auch da hin, darüber. Aber wir können einmal hier, einmal hier einen Blick, ja, einfach da mal einen Blick hochschmeißen. Pyramide Luxor. Ja, hast du recht, hast du recht. Ja. Wie das so ist mit den Frauen, ne? Die haben ja immer recht. Fast immer. Ja. Da sind die ganzen Spülgeräte. Genau, da. So, und wir nehmen euch jetzt mit in eine Roomtour. Wir zeigen euch jetzt unser Zimmer, ja, im fünften Stock. Das geht nämlich jetzt hier hoch. Genau, mit dem Aufzug. So, wir sind im Aufzug. Im, äh, Luxor. Hier kann man nochmal rausgucken. Ah ne, da ist ja, kann man nicht. Jetzt gehen wir mal hier rum. So, ich nehme euch mal mit hier. Ja. Ja. Andrea geht schnell vor. Weil wir waren ja schon im Zimmer. Wir haben nämlich frisch geduscht und gerade noch schnell die Sachen beseitigen. Und, äh, ja. Sieht sehr schön aus hier. Aber ihr wollt ja nicht nur mich sehen. So. Hier für die ganz Durstigen. Ne. Das hier, das gibt's ja mittlerweile auch in Deutschland. Mountain Dew. Mountain Dew schmeckt sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Gibt's auch ohne Zucker. So sehen die Türen aus hier. Na, alles so. Ja. Ich weiß nicht, ob man Ägypten-Style dazu sagen kann. 550, 87 sind wir nicht. Aber jetzt, guckt mal hier, wie groß das ist. Wow. So, hier sind wir. 50, 89. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss jetzt hier schnell die Karte rausholen. Ah ja. Sehr schön. Andrea hat schon aufgemacht. Moment. Kann ich die Karte wieder verschwinden lassen? Auf geht's. Die Roomtour beginnt. Wir fangen an im Bad. Ein sehr schönes Bad. Oh, wer ist das denn? So, schöne große Dusche. So muss es sein. So gefällt es mir. Das sind die amerikanischen Toiletten. Ja. Mir hat mal einer gesagt, ich sollte mal zeigen, wie die Toiletten funktionieren. Und das machen wir jetzt auch. Also man drückt die Spülung. Dann wird's weggesaugt. Ja. So. So. Und guckt euch das an hier. Ja. Genau. So. Spiegel. Und da haben wir King Size. King. King. King Size Betten. Sehr schön. Sehr schön. Dann hier großer Fernseher. Und. Ja. So das. Ich sag mal so. Die Wand. Das ist so ein bisschen ägyptisch Style. Ja. Ja. Schöne. Große King Size Betten. Und hier schöne Sessel. Bequeme Sessel. Schreibtisch. Und hier ist jetzt natürlich dunkel. Da kann man dann raus gucken. Aber wir haben jetzt keine gute Aussicht auf Las Vegas. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja. So sieht's aus hier. So sieht's aus. So. Wir machen uns jetzt Bett fertig. Und für euch beginnt der Tag. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Stunden Schlaf nachholen. Und morgen werden wir dann Las Vegas im Hellen begutachten. Gute Nacht.